hey leute warst du kannst du mein kanal ich bin stelle ein eiszeitdemo und ein ja ich mache jetzt ein ja ich weiß ich bin zu doof in die welt keine freunde obwohl ich sehr viele wenn wir das problem hat der stream wurde angeblich nicht angezeigt das war das komplett dumme wir wollen schon alles klar ich kann nicht dann bitte was wird das alter ein stream ist gerade so verpackt man gekampelt raus